doch sehr ich muss mir erst einen charakter machen damit ich irgendwo können ja das dauert nicht lange da kannst du jetzt nicht so viel krass auswählen das stimmt muss kein diablo suchen und sehen denn die bärte so scheiße aus ich habe es zur auflösung irgendwie also ein passwort war das denn 1 2 3 oder so ist 123 der trotz tristan hat es das auch heute gekauft steht bei mir jetzt die was als ob dass wir das heutzutage library hinzugefügt hat ja der schlingel das gekauft kommt aber nicht dazu dass ich muss mal gerade unser kind von der wurst runterheben oh Das war's für heute. Das war's für heute. Das war die Tiefkühlgemüse. Das war die Tiefkühlgemüse. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sieht ja schon ganz schön aus, ne? I. Ja, oder direkt M, ne? Ja. Ich krieg die aber irgendwie kann ich die nicht. Hm? Ja. Ich glaub wir müssen einfach nur zu der Quest dahinten. Ja. Ja. Liegt hier noch? Ein Buch. Naja. Ja. Arox. Der da auf dem Boden. Kann man hier runter springen? Ja. Hehehe. Also ich schon. Das hängt um ein. Ah. Bist ein Flughörnchen. Mhm. Okay. Ich geh mal. Ich hab schon Workbench gelernt. Ihr müsst links in die Höhle rein. Construction haben wir. Ist ganz schön dunkel hier. X. Also meine Ausdauer war aus. Kann man die Fakkel hier nehmen? Ja. Ein schlafen. Ist nur eine. Ja. Ja. Kommst du mit oder? Ja. 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 und hier ist dann dieses giftige wo man nur so eine zeit lang drin sein kann der seht der hinten nebel da ja the flame allows you to do this is a das meine fackel am arsch gemacht ja da ist irgendwann hat es verklopft den markt blut es kann immer nur einer looten also alle können mit tab blocken die gegner luken wir uns quasi alles weg das ja das war ein diablo auch schon immer gut was in dem dorf hier also ich habe wie gesagt nichts gesehen ich habe meine base gebaut und bin stumpf zum boss gerannt also ich bin jetzt immer abgewogen wurde das zelt und so steht gucken was sie zu looten gibt trainigplatz aber man kann schlafen hast schon wieder du kannst ja wirklich alles abholzen also ist mal was zum lesen kann alles kaputt machen und dann das klettert auch einsam alles du kannst auch einfach nicht hier mit dem hammer so nach unten hauen kannst du unterirdische höhle und so einen quatsch bauen eine ausdauer wie im wahren leben einfach direkt platt du hast jetzt hier schon fleißig gekräftet oder was hilfe ich werde angekräftet was denn eine ratte oder was ich bin schon level 2 skill point bekommen tschüss das sieht nicht so effektiv aus aber das geht auch tatsächlich nicht naja es kriegt hier so risse an der seite oder hat sie hat das hier alles oh ja stimmt das sieht mir nach einem bug aus das kann regenbogen farben bekommen alles noch bieter oder gefallen natur tot ich wollte darüber springen zwar weil ich weit genug hier ist eine geheimtür und in ruhe 16 wurden er aus ich will so ein schwer von der wand der ist aber schwerer zu töten die er hat gewählt also weil es nicht schön ein lagerfeuer zum essen kochen wie macht man das den sack hier habe ich weggekrittet oh sorry dann werden wir mal zu dem questpunkt da gehen Corinna jetzt habe ich das irgendwas mir nicht hier aus Versehen haben das siehst du irgendwie ungesund aus das grün haben lebensmittelvergiftung ich habe das rohe Fleisch vergessen gerade ich wollte es eigentlich wie brate ich das denn einfach aus als müsste du musst dich da dransetzen er war sie die sachen unten ins inventar machen ja dann kannst du die auswählen er hat das einfach gegessen sitze ich nicht nah genug dran mit dem sich dran sitzen naja ok bei mir mit x oder ah nein mit e du musst näher dran ich habe mich auch mit x hingesetzt ich habe gar nichts habt ihr das Fleisch her tötet ja oder Pilze halt ja oder Pilze halt ja oder Pilze halt das ist aber noch nicht geregelt diese Käse ah nein ich habe mich hingelegt ich werde das gleich noch marsch wir brauchen die base ja mal dahin geschäft hier am arsch worte ist der kreuz auf vitality erst mal alles kaputt schlagen ich hab schon so ein wassersack gefunden ja ja oben drei so runde und bachs quasi einmal pilze einmal bären einmal food ja und wenn ihr das voll habt kriegt ihr quasi baff ich habe den pilz gegessen jetzt habe ich magie schaden wo das ok ich habe nur restet ich gehe jetzt mal zu dem plane field platz man kann die büsche klima spot for your base flammen altar wir brauchen stein ich habe glaube ich noch ein paar ich komme schnell ins inventar macht immer die map auf aber macht immer das auf was man zuletzt aufgemacht hat b backpack und ich habe ein stein aber ein bienen nest gefunden das sollte ich wahrscheinlich nicht schlagen oder ich weiß nicht ob wir das jetzt auch machen ist ein wolf 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 Vielen Dank.